hallo leute ja wir müssen uns noch mal linie 41 und 71 angucken. 71 war die zuglinie. da müssen wir auf jeden fall gucken warum da nichts passiert. 41 müssen wir gleich mal schauen was damit ist. da habe ich mir noch nicht angeguckt. das giesenhorster sägewerk macht da irgendwelche probleme. ihr schauts logo und dann gucken wir da rein. so der zug ist gerade eingefahren und wie wir sehen er bekommt wahrscheinlich nichts. jetzt ist nur die frage. hier steht baumstämme. er soll auch keine baumstämme mitnehmen. ist da das problem zu suchen? nein oder? da kann ich jetzt nicht die ware auswählen oder? das wird auch automatisch gemacht. finanzen sind schon ganz schäbig ist klar und hier. karo ist das falsche. aber ich habe doch nicht die falschen einger da dran oder? fahrzeug verwalten. das ist ja schon hier. ich hätte gerne den zug gesehen. aber detaillierter. so ist er hier. muss ich nur da klicken. so der kann auch sägeware, also bretter nehmen. das muss automatisch ausgewählt werden. meines erachtens. aber das ist nicht da. so jetzt ist das die frage. wo ist der lieferant? nee der abnehmer? das ist hier. das ist da. das ist unser bahnhof. binnen maschinenfabrik. die nehmen die holzbretter ab. aber nehmen die nicht ab. einfach aus dem grunde weil hier noch kein eisen angeliefert wird. kann das sein? die bringen da holz hin. ne? vielleicht muss ich erst hier noch eisen hinbringen. dass das funktioniert. kann das sein? wir werden sehen. lieferanten. für einem stock ist da um eine ecke. das wäre ja ganz nah. verlenken. ist da hinten. das ist weit weg. das können wir aber auf jeden fall beliefern. also das wird schon bearbeitet. das ist da. und binnen stadtwerke. stahlwerk ist hier. das funktioniert ja auch. aber das hatten wir doch angeschlossen schon. oder sehe ich das falsch? das stahlwerk fährt doch eigentlich darüber. oder? vertue ich mich da. das stahlwerk ist da. hier sind zwei linien drauf. die gelbe linie geht nach da. ok. kannst du zumachen. und linie 70. kann man schlecht erkennen. das braune geht aber hier lang. glaube ich. fährt hier lang. ja und fährt hier lang. das ist definitiv die linie die wir haben. linie 70. jetzt ist die frage gerade. was transportiert der baumstämme hier hin? ach ja da ging auch holz drauf. ne? aber wir wollen ja auch nicht holz transportieren. ne? wir wollen ja stahlträger transportieren. gehen die dann auch auf diesen lkw? ah die gehen da auch drauf. da müssen die nur noch machen. ne? ist denn hier irgendein fahrzeug dann da unterwegs? hier liegt ja nichts. was wird dann angeliefert? auch nichts. ne? warte mal. lieferanten. aber es ist keine kohle da. das ist unser problem. der bringt ja eisenerz. wer liefert denn hier die kohle? warte mal. die kohle. ja das. nochmal hier. linie da. ja der bringt doch die kohle, oder? und der fährt hier doch durchs tal. und wie wird es geladen? nix. warte mal. wenn ich hier drauf klicke wird das nicht weiß. das muss weiß werden. das ist unser problem zu suchen. kann da sein. er bekommt gar keine kohle raus, weil der bahnsteig nicht da passend ist. gut. das heißt wir müssen dann gerade mal hier was schauen, dass wir das hinkriegen. oder? den konfigurieren. plattform brauchen wir nicht. wir brauchen ein gleis. so dann brauchen wir eine plattform. passagierplattform, güterplattform. die kommt dann hier neben. und ich hoffe dann, dass er jetzt eine verbindung dadurch hat. nö. produktion ist da, aber transport gleich null. das kann ich denn noch hier so bauen. gütergebäude. hat es jetzt geklappt? das ist ja jetzt wieder ganz komisch, ne? richtig doof gelaufen. gebäude. rkw station. wie kann ich das jetzt hinkriegen? da wäre da angebunden, aber nicht da angebunden. das ist jetzt der hammer, oder? man. wie kriege ich das jetzt hin? jetzt habe ich eine falsche taste gedrückt. so ein shit. jetzt habe ich eine falsche taste gedrückt. lkw station. wenn ich die hier hin baue. wieder das b anstatt n. ah. so wäre der angeschlossen, aber nie der. dann kann ich es auch nicht ändern, ne? muss es halt so werden. landstraße. egal wie die hieß, glaube. so passt es. kriege ich hier ein rkw irgendwie hin. gibt es hier ein depot irgendwo. glaub schon, ne? hier fahren busse. da ist ein rkw. da ist es. da war eine straße rüber, ne? das ist doch eine straße für autos, ne? naja. fahrzeug kaufen. das. ne, kohle war es. der also. weiß ich nicht. drei stück kaufen. neue linie. und dann fahren wir von da nach da. erster halt ist unter einem stock. lade, vollladen einer fracht. so. jetzt muss hier ja was passieren eigentlich, oder? weil das ist ja angeschlossen. der zug fährt jetzt leer weg, oder? ja. hier müsste jetzt das lager sicher füllen, oder? ja. da passiert aber grad nix. ein stock stahlwerk. das ist schon richtig, ne? das ist... ne, doch nicht. per linken. jetzt sag nicht. ne, bin denn ein stahlwerk. das ist schon das richtige, passt. jetzt ist nur die frage, wo, wann kommen die lkws da an, ne? wo waren die losgefahren? hier. kohle, ja. haben die auch schon ausgewählt, ne? auf linie 72. ah, linie 72. ist hier. da müsste doch schon längst was hingelegt werden, oder sehe ich das falsch? guck mal, jetzt, wenn ich hier das anklicke, siehst du, das kann das, ne? das kann doch jetzt nicht sein, oder? aber irgendwie ist hier ein bug drin, ey. das ist Güter. das ist richtig. und das ist auch Güter. das ist auch richtig. und warum können die das nicht? abnehme. das ist richtig. abnehme. diagramme. die produzieren hier fleißig Ware. das ist voll da, die produktion. aber es wird nichts mitgenommen. also hier steht nichts am Bahnhof. hier sind auch keine Sitzbänke. das heißt, das ist definitiv ein Güterbahnhof, ne? das ist nicht verkehrt. wo sind die drei jetzt? nur da erst. kommen hier mal Vollgas. entstehen ja hinterm Bus, ne? drei dicke Laster. jetzt sind wir schon auf dem Weg dahin. am Ende dieser Straße müssen wir rechts abbiegen, ne? Zug steht da hinten schon wieder. und zack. jetzt ist die Frage, was hier falsch läuft, ne? da steht immer noch nix. da steht immer noch nix. der erste LKW kommt jetzt da an. aber es passiert nix. Kohle. ist schon richtig, ne? versendet, transport. nichts passiert. hier, gütertypen Kohle geht. das hat nur Geld gekostet. das hat nur Geld gekostet, das Straße Fahrzeug. der fährt jetzt. Aber warum gibt es hier keine Kohle? Das Sägewerk schließt schon, alles klar. Ja, ich verstehe es nicht jetzt so ganz, was das Problem ist. Das blinkt hier auch, aber ich weiß nicht warum. Das ist doch angeschlossen, oder? Kann ich hier etwas einstellen? Nein, kann ich nicht. Versendet Null und Transport Null. Wo ist das Problem an diesem tollen Kohlebergwerk? Hat der Spielstand irgendwie einen Bug oder was? Keine Warnung. Also, ich kann es mir nicht erklären, was hier falsch läuft. Wer ist noch Abnehmer? Einem Stock hier. Pellingen-Stahlberg ist ganz woanders, Glästen-Stahlberg ist auch woanders, aber wie nennen ist das Nächste eigentlich? Also, das Nächste wäre dann dieses hier, ne? Straße ist hier. Brücke ist da. Wir können mal hier diese Straße verbinden gerade. Landstraße haben wir, ja. So, ist drangebaut. Gebäude. Machen wir jetzt hier so hin. Passt. Dann, würde ich sagen, brauchen wir von hier ein Fahrzeug. Kaufen wir. Auch den. Lass uns erst nur einen kaufen. Neue Linie. Von da nach da. Gut. Und was passiert jetzt hier? Hier muss ja jetzt was passieren. Ja, passiert auch was, wie man sieht. Hier, da läuft's. Ich weiß nicht, warum Linie 72 nicht geht. Oder Linie 68 nicht geht. Keine Ahnung. Lass uns hier was abreißen. Und den Bagger ausmachen. Diese drei LKWs. Fahrzeug verwalten. Alle drei auf die Linie, ich glaube 73, ne? Lass die alle fahren. Die sollen die Kohle da mal hinbringen, ne? Diese Linie können wir eigentlich dann eindampfen. Löschen. So, die ist weg, die Linie. Und jetzt müssen wir kurz gucken, wie wir das mit dem Zug her hinkriegen. Dieser Bahnhof ist ja irgendwie das Problem, ne? Gleise, Gebäude, Bahnhof. Drehen wir mal. Machen wir mal vier Gleise, machen wir 240 lang, ist das zu lang? Ne, er geht, ne? Zack. Gebaut. Dann Gleise. Geht das auch anders? Geht gleich in den Tunnel rein, ne? Das ist kein Tunnel, ne? Brauche ich erstmal so. Ich kriege den auch noch hier rüber. Das sieht erstmal gut aus, oder? Achso, der müsste noch nach hier, ne? Das geht dann nicht. Das ist ja nicht schlimm, das können wir auch noch hier machen, ne? Und dann müssen wir von hier aus noch darüber, ne? Das mag er jetzt aber da nicht. Krümmung zu groß. Da geht's. Jetzt noch so bitte. Geht natürlich nicht, weil hier überhaupt eine Krümmung ist. Shit. Man sieht das hier so schlecht, ne? So funktioniert es erstmal. Okay. Der geht da ja schon rein, dann passt das ja schon, ne? So, hier ist alles zweigleisig. Wie kriege ich das jetzt hier nur hin, dass das von da nach da rüber geht? Gar nicht, ne? Also von links nach rechts habe ich schon, ich muss jetzt nur umgekehrt. Krümmung zu groß, ja. Krümmung zu groß. Krümmung zu groß. Das ist interessant, ne? Daneben würde es gehen, aber da drauf geht's nicht. Wo ist denn hier wieder das Problem? Krümmung zu groß. Das kann nicht zu groß sein. Das ist so ein ganz normales Kreuzungsmöglichkeit hier. So, jetzt hat's gepasst, oder? So, die können links, die können rechts. Aber hier können sie sogar auch nochmal rüber. Ah, sieht erstmal gut aus, denke ich. So, jetzt müssen wir nur den Baumodus hier verlassen. Linie 68 müssen wir jetzt anfassen. Linie verwalten. Ein Stock muss weg. Und der muss da hin. Ah, das hat jetzt gut geklappt. Haltestelle hinzufügen, den. Und jetzt müssen wir den raus machen. Einen Stock West haben wir natürlich den falschen raus gemacht, oder? Einen Stock Nebengleis. Wir müssen Einen Stock West weg machen, so. So, jetzt hat's geklappt. Jetzt muss der Zug nur weg. Jetzt können wir hier natürlich schon mal anfangen, ne? Das kann man sogar komplett dann abreißen. Dann lass den mal einmal rausfahren. Fahr mal raus. Wie hat der geladen? Ne. So langsam ist der. Fahr mal weg erstmal. Und wenn du weg bist, dann können wir nämlich gerade die Gleise abbreißen. Dann können wir ja schon abbreißen werden, ne? Und fährt er nicht mehr. Jetzt fährt er wieder. LKW im Weg, oder was? Tatsächlich. So, jetzt müssen wir nur gerade gucken, dass wir hier noch die Gleise richtig haben. Das sieht erstmal gut aus, ne? Warte mal, dann können wir den jetzt auch andersrum fahren lassen, weil... So, drehen wir mal wieder um, du musst nämlich hier runterfahren jetzt. Achso, ja, wir sollten vielleicht noch das eine oder andere Signal setzen, dann, ne? Fährt er jetzt lang, da? Das geht erstmal so, glaube ich. Fahr mal mit dem mit. Fahren wir schneller. Da wechselt er das Gleis, okay. Wir haben nur einen Zug, das ist erstmal egal, oder? Liegt da schon Kohle? Ich will's hoffen. Ich sehe keiner. Sag jetzt nicht, das geht wieder nicht. Null. Nichts. Die End. Aber das war doch hier angeschlossen. Oh, das kann doch jetzt nicht sein, oder? Terminals, nein, will ich nicht. Ich will hier Abnehmer haben. Und das ist Windend Stahlwerk. Das ist hier. Und jetzt sage ich, hier besteht auch keine Verbindung zu dem Bahnhof da. So sieht's aus. Oh, Mann, ey. Wie kriege ich das jetzt hin? Der fährt jetzt weg. So, wenn der raus ist, halten wir das Spiel an. Weit genug weg, jetzt anhalten. Jetzt den Bagger raus, das weggerissen. So, und jetzt den raus, Gebäude, Sackbahnhof, drehen. Und so wie wir sehen, funktioniert das nämlich nicht. So, jetzt. Würde es so funktionieren. Sag jetzt nicht, dass das das Problem ist. Ey, dann kriege ich echt die Krise, ne? Ne, das war da. Das ist da. Das ist da. Und das muss jetzt hier anschließen, oder wie? Ich glaube, wir reisen das hier als weg. So, und dann nochmal aufbauen. Passt. Das ist ein Tunnel, ja? Super. Passt. 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 Na, das sieht ja komisch aus. Passt. Passt. Linie. Linie verwalten. in west ok fast wurde da automatisch umgeändert gut fahren lassen und gucken ob jetzt hier kohle liegt passiert noch nichts wenn ich das anwähle dann habe ich hier kein dinges kein weißes der und der sind zusammen und der ist aber auch zusammen warum wird da nicht geliefert ich weiß es nicht hatte einer eine idee zug fährt der ist mit dem auch verbunden sollte also auch gehen zug kann kohle transportieren da gibt es kohle ich weiß nicht wo das problem hier liegt so ist ja jetzt erstmal halb so wild wir machen das jetzt erstmal anders jetzt kohle wird hier angeliefert das passt schon mal so was wird hier gemacht dass die frage produktion hier kommt keine kohle an das eisenerz wird angeliefert das läuft ja ich bin ratlos ich weiß nicht woran es liegt ich sag mal entweder ist ein bug vielleicht hat einer eine idee dann kann das in die kommentare schreiben wäre ganz nett ich würde sagen erstmal soll für die folge reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein abo habt macht eins falls euch die folge gefallen hat gibt einen daumen hoch macht euch die glocke an kriegt damit welches nächste video hochlade gerne kommentare schreiben auch gerne das video auf anderen kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten folge auch man sieht dass hier aus auch auch Vielen Dank.